Kommt gleich ein Drachen... Kommt gleich der Drachenbeschwörer Fünf Runden, naja, willst du mich verhauen? Oh, schön! Ich kann meine Karte... Der Zerstörer hat bitte die aus, Lascha! Die will nicht! Du merkst das, diese... Die... Ja, die will nicht! Die... Die... Die macht richtig Auge auf dich! Gell... Hast du die alles schon ausgenutzt? Für die Götter schreibt der auf einmal wieder... ...kamen, als du die Hexe getötet hast? Oh, guck mal, die Hexe ist ein gültiger Band, guck das mal an! Warum? Die war doch noch einmal! Was? Kannst du mir keinen Schaden zufügen? Bam! 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 Alles, was auf Verteidigung... Oßer er! Er nicht! Er bleibt Angriff! Nein, nein! Er wartet auf Dings! Er wartet auf den blauen Riesen! Ach ja! Der Boden hat schon Risse! Was ist... Wie krass kämpfen wir hier wohl? Hattest du denn nicht mal das... Wie viele Runden hast du bis jetzt gewonnen? Aha! Du zählst nicht mal deine Runden! Du hast gestern angefangen! Wie viele Runden... Wieso muss ich für jede Karte immer einen Monster opfern? Obwohl das ist eine Drache! Weil das Spiel geil ist! Die andere ist Maschine! Darum kommt Dale's weg! Die Maschine ist Schmutz! Und dann hast du nur den ersten Drachen! Wow! Also es sind 6 Runden! Keine 5! Ja! Ich muss ja auch Drachen ziehen, ne? Was ist... Das ist doch kein Drache! Das ist ein Pferd! Da steht ja! Das ist ein Drache! Das ist doch kein Drache! Das ist Pegasus! Das ist Pegasus! Dein Vater! Das ist eigentlich ein Spiel! Ne, aber hä! Das ist ein Pferd! Halb Drache! Was ist das? Was ist das? Das ist ein Engel! Halb Drache! Halb Pferd! Halb Einhorn! Halb Trüffel! Oh Gott! Was ist das denn? Das ist der Gargonit-Licht... Junge! Diese Karte will nicht richtig! Merkst du das? Na Oma! Hallo Oma! Ja komm ich mal hier! Ja komm ich mal hier! Junge diese Karte! Die will nicht! Die Karte erhält 300 ATK und defensiv für jedes Licht! Keins! Das hat... Das hat... dein Monster gemacht! Du musst lesen! Du kriegst ja viel 300... irgendwas mit 300 ATK! Statt da! Junge ich hab endlich mal ne richtige Fallenkarte! Danke! Doppelfallgrube! Ich freu jetzt den Gegner eine oder mehr Monster als Spezialbeschwörungen die... Oh geil! Ich hab ne Karte womit ich dich einfacher zerstören kann! Nein, Lea! Ich geb dir keine Chips! Das darfst du nicht! Nein! 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 Aber denk dran! Ich hab meine Pläne noch ne? Ich hab Pläne mit dir! Ich mein ichs perverses zu tun... Haaaah! die du nicht setzen kannst weil du du musst zwei vierer du musst zwei vierer karten opfern du brauchst vierer hast du keine zwei vierer in der hand du weißt schon dass diese monster karte die du beschwimmen willst wahrscheinlich schwächer wird ja du würdest ja selbst einen in die fressen werden wir beide fast am ende du wirst uns beide kill ich habe mich noch nie diese karte ist die ganze karten ich glaube das ding ist sie mit null kannst du sehr gut fusionieren und diesen zuge ich habe anubis ich habe ras schüler ich habe ras schüler wenn diese karte beschworen wird du kannst bist du zwei ras schüler als spezialbeschwerung von einer hand oder also ich kann geil der ras schüler wird automatisch stärker ja weißt du hast den stehen wir auch noch auf verteidigung das ist die wand der verteidigung bis jetzt bin ich noch zufrieden hier ich weiß ich bin noch zufrieden mit meinen nebulas die sind echt auch viel als würden die aussehen wie nebula was macht ein die verzögerung lässt wieder grüßen die sind schon fast eine stunde hier und du dir immer noch keiner von uns gewinnt das hat mich schon wieder dieser hässliche frosch ach hast du den pende drachen doch man ich dachte weil das junge diese karte macht auge auf dich diese karte macht auge auf dich was hab ich nicht gesehen was heinig drachen ein kannst du das überhaupt alter diese karte ne will dich von hinten ey das ist ungeheuer kein drache egal alles was hügeln hat ist ein drache das ist mein insekt mann das kann doch nicht mehr angehen was ist das ist das ein werwolfapier zombie also jetzt kannst du da drin ne speziellbeschwörung machen weil du einen davon gekillt hast jetzt hast du sie verbannt du diese karte will ich immer noch ok ne ne meine karte liebt dich einfach zu sehr die will dich die will dich von hinten von vorne und von links ne hä hast du die grad aus dem fluch in verwandtheit genommen es funktioniert ne hä ne die hä ich bin grad zu sehr verwirrt ne ey du hast zwei drachen in deinem friedhof fliegen ne ne starker winddrache und schimmerdrache schimmer du hast sogar zweimal dieselbe karte ne ich glaube ich bin schon fertig mit meiner oja 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 den hast du wolltest du haben hallo ich will fünf drachen haben es braucht fünf drachen digga diese karte wie wie oft soll ich denn noch drücken ey junge ich kann nicht mehr diese karten wollen mich karten machen mich so fertig was was kann deine karte kannst du mir mal lesen ähm mir wird grad diese scheiße angezeigt ah die du da gelegt hast ich kann die nicht mehr lesen ja dein ernst findest du eigentlich der götterschleim sieht in dem in dem spiel besser aus als im spiel als in der serie in der serie in der serie hat er doch einen unterkörper warum hat er na diese karte die die macht auge die macht richtig die macht richtig auge auf dich die wartet nur ab bis du bist du endlich dein monster hast dann macht er es jetzt fehlt noch dass die karte das gleich automatisch selbst macht ne aber er schmeißt sie dann die karten weg die junge diese karte treibt mich doch in den wahnsinn hör doch auf du soll ich deine retten soll ich deine retten soll ich deine retten es wird eh ein drachen sein der opfert drachen er hat die unterwelt karte mit 2800 2600 alter er hat sogar eine krasse zauberkarte von dir geopfert was du meinst denn du meinst den blauen du meinst du meinst den blauen mir wärst du trotzdem gehalten so auch wenn du den in der hand hast ich weiß nicht wie wir das noch in die länge ziehen wollen aber naja ich habe schon eine gute idee was ich machen werde wenn du deine megamonster auf mich setzt ja denn nur 200 angriffsschaden dann würde ich aber lachen auf einmal aber ich wollte ihn in null entfernt morris von 3200 oder so auf 320 hat der schleim riesen effekt hier der kann der schleim hat ja doch im effekt muss er es dann wieder fusion beschwören ja das kennen wir schon alle monster der stufe 10 mit null artikel als tributen anbietest es so frisst morris ich glaube du musst schnell machen sonst macht die karte wieder aufkriegt was soll ich denn da machen verzögerung und die macht schon wieder meine karte schmeißt die ganze zeit gute zauberkarten von hier weg hier ok ich habe viel zu viele karten in der hand gestalt wechsel ich habe so wie der zauberkarte in die hand gedrückt gerade viel zu viele feinkarten in der hand du bist ich kann gerade gar nichts machen steht 4000 zu 4000 ich fühl schon den druck du auch ja wenn die verzögerung ja sagt die verzögerung kriegt gerade richtig noch ja ich kenne das gut nur das snapshot verpiss dich morgen bin ich mit ich hier bäcker bin digga diese karte die will ich aber noch was hat hier eigentlich dings in den profi bild auch einen tag diese karte regt mich auf noch ein tag drei stunden 42 minuten und 32 sekunden was ist das man sagt oder wie also pack wollen wir schon alle zu oft morris und diese karte macht schmied auf dich und schon wieder in der fallen karte ich werde noch wahnsinnig vor allem ich kann keine opfern oder sonne von den fallen karten ich weiß noch die zeit wo ich mir gerade selbst in die fresse gehauen habe kurz also auch Wo ist drauf eine mit 2.000 Vorderverteidigung? Das hätte ich auch übernehmen können. Ach ja, ich schmeiß sie ja immer wieder in die Hand. So jetzt kommt die Verzögerung wieder, meine Karte will jetzt schon wieder auf dich haben. Ich habe mal eine Frage, was war das für eine Spezialattacke? Den 500er? Also jetzt einer der Nebulas meine ich natürlich. Ich werde lieber aufhören. Doch beide gehen kaputt, aber wir kriegen auch beide Schaden. Aber weil ich das nicht zulassen werde, tut mir sehr leid. Welche brauchst du nicht? Ach egal, ich hoffe auch immer eine von mir diesmal. Diesmal verschwindet der Arm. Hä? Letztes Mal als 3.000 gegen 3.000 gehauen hat, war ich tot. Die Karte will ich halt, weißt du? Wer soll ich dich kennen oder wie? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Karten. Ich versuche mit deine Zeit. Ich verkomme deine Zeit. Ich versuche mit deine Zeit, wenn ich bitte ruhig bin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.